Sie betreten jetzt Panamura. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Ein Schuss, ein Trepp. Versuch da draußen nicht in die Schusslinie zu laufen. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Gleich wird es ernst. Volle Konzentration. Was ist ein Aim-Bot? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angriffsphase beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Gibt's Geld in mir? Wer bin ich wieder? Sie hat ein Foto von Talons fliegen. Erobere Ziel. Ich nehme das Ziel selbst ein, wenn es sein muss. Die Feinde von Talon werden fallen. Das Ziel gehört mir! Ich schnappe mir das Ziel. Los, Bewegung! Alle Mann zum Ziel, Bewegung! Zielpunkt A eingeladen. Reifen Sie Zielpunkt B an. Hm. Noch mal von fern. ... Vielen Dank, Herr. wie die mutter so die tochter schon viel besser das ziel gehört mir, lacht uns in Aschvallen vor mir kann sich niemand verstecken ja ist klar das ging schnell ey das ging echt schnell ja vor mir kann sich niemand verstecken ja 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 willst du noch einer oder was? jo